Hallo. Hallo. Ich... Ich lebe in Roma. Wie heißen Sie? Ich heiße... Woher kommen Sie? Ich komme aus... Wo lernen Sie? Ich lerne in... in der ganzen Schule. Okay. Ich lebe in Roma. Ich lebe in Roma. Da ist der... Da ist der... Stadt. Ich lebe in Roma. Meine Stadt heißt... Ich lebe ein Kilometer aus Warenschule, ich lebe meine Stadt, meine Stadt hat einen Supermarkt. Wie viele Leute sind in der Stadt, wie viele Leute wohnen in Eldoret? Meine Stadt hat einen Millionen Leute. Ein Millionen Leute. Sehr gut, einen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.